Also ich frage mich, warum man so eine Terrorgruppe wie Boko Haram nicht einfach in die Luft sprengen kann, wenn sie in der Moschee sind und ihr tägliches Gebet sprechen, weil sie Muslim sind. Da könnte man doch einfach eine Drohne, die bewaffnet ist, mit einer Rakete. So könnte man doch einfach eine Moschee, in der sie gerade im Predigen sind, in die Luft sprengen und schon von Boko Haram in die Luft sprengt. Und so war das Problem mit den Terroristen endlich gelöst. Also ich weiss nicht, warum Donald Trump noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass man die Terroristen von Boko Haram nicht einfach auch in die Luft sprengt. Also ich würde das so machen. Hoffentlich würde ich den nächsten Präsidenten, wenn Donald Trump abgebaut wird. Er ist jetzt momentan in einem Impeachment. Und wenn die Demokraten Glück haben, bringen sie zwei Drittel Mehrheiten hin. Und dann wäre Donald Trump abgebaut. Aber wahrscheinlich würde Bloomberg den nächsten Präsidenten, der noch 50 Milliarden auf der Seite hat. Und die Wahlkunft begann, dass ich das so leisten kann.